Hallo und ich begrüße euch zu Let's Play Battlefield 3 Aftermath auf der Map Thala Markt im Modus Plünderer. Ja, diesmal kein Rush und keine Ohrung, nein, wieder Plünderer. Mir persönlich gefällt der Modus relativ gut. Es erinnert mich einfach ein bisschen an Unreal Tournament oder auch Quake 3. Nur, dass eben hier die Spawns random sind und nicht so wie bei Unreal Tournament fest sind. Und dann würde ich sagen, Gelegenheit ist hier einfach mal los. Wie sieht es denn aus? Ja, okay. ASVL nehme ich gerne mit und dann machen wir uns doch dann mal auf den Weg zur Flagge E. Der erste ist schon weg, da kommt noch mal ein klein drum. Und er hat natürlich den Rell-Volver dabei. Sehr gut, sehr gut. Mensch, aber ganz ehrlich, man sieht alle, die Premium haben oder viele, die Premium haben. Wir sind auch immer Rang 100. Ein Feind ist hier noch. Dürfte ich hier mal wieder rum? Was ist denn da? So. Okay. Ich war kackei bei der Flagge, das ist natürlich dumm. Hier oben ist niemand. Gehen wir mal weiter. Ja, was ich gerade sagen wollte. Man sieht oft immer den Zusammenhang. Viele Premium-Spieler sind auch immer Rang 100. Also sprich, die Leute nutzen das eigentlich in der Regel auch aus. Spielen dann auch relativ viel Battlefield oder nehmen Battlefield 3 als Hauptspiel. Ich meine, wem kann man es auch bedenken. Aber ich finde, da sieht man dann, dass für viele auch Premium eine gute Investition war, wenn man dann auch so intensiv Battlefield 3 spielt. So, sieh eingenommen. Gut. Nehmen wir doch hier mal die Waffe auf. Schließlich haben wir nur noch drei Schuss Munition und ich weiß, dass ein Networf dieser Map hier die Munitionskiste ist. Und das ist auch sowas, die Munitionskiste. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier gibt es ja eine Munitionskiste, wo man dann die Muni auffüllen kann. Das erinnert mich an Battlefield 1942. Da war es ja noch standardmäßig so, dass es ja kein Medikit und auch kein Munikit vom Versorger und vom Medic gab. Damals wurde das Ganze ja noch per Munitionskiste und Munikiste gemacht. Oder eher per Medizinschrank. Das war ja keine Kiste damals. So. Da ist noch einer. Bam. Pelump rüber. Uh, dann gehen wir mal wieder hier zur Flagge E rüber. Gut, da drin ist niemand. Aber irgendwo knallt es hier mächtig. Wahrscheinlich da im Haus drin. Okay. Jetzt scheint schon wieder alles sicher zu sein. Wir kommen natürlich dann, wenn die ganze Action schon vorbei ist. So. So. Also auch wieder eingenommen. Dann klappen wir jetzt einfach mal die Routen hier ab. Nehmen alle Flaggen ein. Da ist dann nicht der Schafkitzel. Auf Wiedersehen. Hedge ist halt nicht versucht. Dann wird es jetzt auch leben. Und da oben sind sie. Ich glaube, da oben kann ich sagen. Ich weiß es nicht. Warte, kann meine eigene Kanade? Das war scheiße. Gut, da fallen schon die Leichen runter. Wir gehen einfach mal zu B. Da sieht es ganz müde aus. B ist eingenommen. Dann gehen wir zu E. Wir gehen irgendwo hin, wo wenig los ist. So. Das heißt, wenn wir jetzt in alle Ruhe einnehmen. Ohne viel Stress. Da gesetzt sich auch noch einer mit dazu. Sehr schön. Ja, und dann zieht es doch jetzt gut aus. Ja. Das war dein Fehler, mein Freund. Das wurde jetzt so ein Verhängnis. Bei dir genauso. Hättest du die Granaten nicht geworfen, dann könntest du jetzt noch leben. Schal. Na gut. Runde ist leider schon rum. Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz einen Tipp da abknallen. Aber egal. Dein Team hat gewonnen. Das war wirklich eine relativ schnelle Runde. Deswegen hängen wir jetzt einfach im Anschluss noch eine dran. Das Ganze geht aus mit einer 7 zu 2 und... ...und 2086 Punkten und damit würde ich sagen, bis nachher. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Battlefield 3 Aftermath auf der Map Talermarkt. Wie gewohnt im Modus Plünderer. Wie gewohnt im Modus Plünderer. Und was soll ich da groß zu sagen? Wir sind mal wieder mit einer bis Solo unterwegs. Wir werden versuchen, so viele Flaggen wie möglich anzunehmen und dabei eben noch ein paar nette Waffen abzustauben. Je nachdem, wo wir eben gerade vorbeikommen und wo welche Waffe spawnt. Man muss ja sagen, dass die Spawns an sich ja nicht random sind. Die Spawns sind fest, aber die Waffen sind immer random. Und das ist das Wichtige. Jetzt können auch mal an Spawns, wo früher Level 3 Waffen sind, nur Level 1 Waffen auf einmal sein. Was ist denn hier los? Komm her. Aber noch mitgenommen. So, Iggy. Das hast du davon. Mit deiner Magnum. Noch mit dem Messer mitgenommen. Das ist schön. Na, zufähiger Spawnpunkt. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, der Typ ist auf jeden Fall down. Das heißt, wir schlammen und jetzt haben wir hier eine Waffe. Level 3. Der Level 3 Waffe. Das nehme ich gerne. Und ich gucke gerade, wo es denn hier genau die Munikiste hat. Um die Munition aufzufüllen. Ich vermute mal, die wird irgendwo hier sein, aber... Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Wir nehmen lieber noch ein paar Flaggen ein. Auch wenn wir einen Großteil der Flaggen eigentlich schon angenommen haben. So, gucken wir mal hier rum. Genau. Schön von hinten. Ja, warum? Ja, ähm... Leute, ich möchte das Kampfgebiet eigentlich gar nicht verlassen. Ist hier aber... Also, ihr seid ja auch Dödel, oder? Aber wann macht denn deinen Bereich hin? Eieiei. Also, sorry, aber... Ich war für meinen Teil nicht in dem roten Bereich. Seid nur nicht böse. Jetzt seid doch hier mal nicht so... Also, ganz ehrlich... Korinthenkacken hochziehen. So geht's ja schon mal nett. Gut. Hier noch irgendwo... Leute, gebt mir noch eine Waffe. Gebt dem Halki eine Waffe. Da sind sie wieder alle. Alle Feinde. So, die hätten wir aber jetzt. Gut. Und da ist auch endlich mal eine Waffe. Danke. So, haben wir das gern. Komm, ein Schuss mit der Pistole in den Rücken rein und gut ist. Da fällt nämlich dann ganz schnell der Feind um. Was haben wir hier? Ne, die QBZ. Lassen wir mal. Gut. Mit Granaten habe ich auch um mich werfen. So ist es nett. Geht's hier wenigstens rum? Da gehen wir nimmer rum, gell? Wir wissen ja, was da passiert ist. War ich hier nicht eine Level-3-Waffe? Okay, doch nett. Ich hab gedacht, ich hätte hier irgendwo noch eine Level-3-Waffe gesehen. Ist jetzt auch egal. Die nehme ich aber jetzt doch mal mit. Oh. Okay, das tut. Dann gucken wir mal, was bei der Flagge E abgeht. Alle rein ins Häusle. Genau. Und nochmal einnehmen. So, Flagge erobert, sehr schön. Und ja, Flagge Eroberung gibt es nur noch, wie waren es gerade, 125 Punkte. Früher waren das ja, glaube ich, doppelt so viel, 250. Die haben die Punktzahl wahrscheinlich deswegen runtergestellt, weil es hier eben doch eigentlich ziemlich schnell geht mit Flagge einnehmen und man wahrscheinlich das Punkteboosten irgendwie unterbinden möchte. Das wurde eigentlich mit Close Quarters so eingeführt, denn in Close Quarters ging es ja wirklich rucki zucki irgendwie Flaggen einzunehmen. Zum Schluss hatte man ja dann wirklich bei den Runden ein paar tausend Punkte. Es gab ja dann sogar, glaube ich, wirklich nur Coaster-Server, wo man rumgerannt ist, um die Flaggen einzunehmen, dass man ja schnell seine Punkte zusammen bekommt. Und wahrscheinlich wollen die das so irgendwie eben unterbinden, vermute ich einfach mal. Die Runde ist gewonnen, geht aus mit einer 6 zu 2.941 Punkten. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.